So, na klar, am Ende. Weißt du, dass du mir in der Story nicht weiterkommst? Oh, das wird so knapp. Ich hoffe, das wird gezählt. Sehr gut. So, jetzt können wir nur noch den Manual machen. Oh, das ist so gottverdammend schnell, ey. So. So, das schaffen wir, denke ich, mal bedenkenlos. So, Manual. Jetzt fahren wir zum nächsten Rosan Stern. Ich bin jetzt immer noch halt so von Bordabsicht, eigentlich bin ich immer noch irgendwie so gewöhnt von Skates. Weil da geht es einfach auf Dreiecke, hier muss man die beiden Schultertasten halt R1 und L1 drücken. Hey man, sorry about bailing on you back there. What, are you scared of girls or something? Man, shut your trap, okay? I dig chicks. I just, I left my wallet at the pub. Hey, Ian. Hey, Ian. This is the dude that owned hoofleck on the red carpet. That was you? Nice one. That guy is such a tool. Just because of that, I'll show you how to revert. To revert, you go up a quarter pipe. And on the way down, do this. Watch. Now you give it a try. Ich hoffe, das funktioniert jetzt direkt beim ersten Mal. Yes. All right. Now it's time to put it all together. Air up this quarter pipe and do a revert to a manual in one combo. Oh, not too shabby. Hey, I saw one of the guys who stole your stuff. He's hanging out by Hollywood High. I hope you're ready for him. So, and that's what we've done. That's what we've done is actually the foundation for really big combos. Because otherwise you can't keep them. And let's go to the guy here. This is what I just thought. This is the one that we've done all together. This is how you do it. Oh, and that's what we've done. This is just for the actual shooting. I'm sorry, I can't wait. Alright. I'll tell you, that's what we've done through this. If I lose, you keep it. But when I teem. You give me my stuff back. Oh, you're on, Newb. I hope you've been practicing. So, und genau das, was wir gerade gelernt haben, können wir jetzt auch hier einsetzen, ohne die Skate-Steuerung zu benutzen. Gottverdammt. Scheiß. Oh, Mann! Ich bin mir immer doch kalt. Nein! Ich hoffe jetzt nicht, dass er irgendwie... Uuuuuh, es ist so... Knapp, oh mein Gott! Uuuuh! Boah! So, jetzt dürfen wir den Kerl schlagen. Nein! Stellt man sich am besten hier hin, hier oben drauf. Uuuuh! Wo? Was willst du, Kinsucke? Hahaha! Oh! 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 Yo! Danke, dass du meine Sachen mit mir gehört hast! Bravo! Nicely done! Nicht ganz über die Teile überhaupt. Sehr sattig. Ich hatte meine Tasche, nicht ich? Hey, was das alles? Mann, die Stütz sind echt gut. Danke, ich bin froh, dass du sie gerne möchtest. Weil sie werden in meine Zin, Amerikaner Lace-Land. For real? Ha, das ist ein Bisschen. Aber ich habe nie gehört von Amerikanischen Wasteland, und es muss wirklich sein, dass es so underground ist. So underground, es noch nicht mehr rauskommt. Aber als ich die Geld zusammenfahre... Es wird passieren. Die Schrauben sind verrückt, wie das da. Aber was ist das Ort? Nur das verrücktste, das größte Ort in der Stadt, das du absolut liebst. Oh, aber close to Outsiders. Sorry. Ja, speichern wir wieder. Na, tun wir überschreiben. Ja. So, erfolgreich. So. Achso, genau. Ja. So. Hm, ich dreieck drücken. Dann kriegen wir wieder die Sternchen. So. 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 Scheiße! Ja, tun wir halt nochmal speichern. Haben zwar nicht so viel geschafft in der Zeit, aber ist immer besser, wenn man mal zwischendurch speichert. Ja, tun wir überschreiben. Früher habe ich auch immer gedacht, weil der Stern sich nicht weiter dreht, dass das Spiel sich irgendwie aufgehangen hat. Naja, das war dem halt nicht so. Ne, gehen wir mal zu dem Typen hier, der mir Geld gibt. Wo steht er denn? Der da? Alle. Gut. Ah, das war eigentlich immer ziemlich einfach. Auch wenn man schnell mal auf die Fresse fällt. Nein! Ich muss mich beeilen! Way to go! Here's some cash! Find me later to do more challenges, if you want to earn some more. Gut. Haben uns vier, äh, ja, 24, ne, 25 Dollar dazu verdient. Jetzt gehen wir mal nach Beverly Hills. Beziehungsweise fahren. Wir gehen ja nicht. Finde ich auch relativ cool, dass hier keine, also wirkliche Ladezeiten gibt, sondern immer diese, ähm... Ja, diese... Zwischenstücke, wo dann halt die andere Welt, in Anführungszeichen Welt, also Stadt, dann geladen wird. So. Müsste, glaub ich... Hey, this is Tony Hawk, you were listening to Demolition Radio on Sirius Satellite Radio. We just got word in from Hollywood, some local skaters wiped out an entire protest, causing a traffic jam and leading to dinosaur sightings on the Sunset Strip. So if you're in the area, be on the lookout for a 50 foot T-Rex. So let's check out another tune on Tony Hawk's Demolition Radio on Faction. Ahhhh! Spür mit den Reben... Yeah, get your Front Row on backstage.